Hey Friends, ich bin Philipp, CEO von Hitchies und ich nehme euch mit auf Tag 3. Wir sind erstmal zu uns nach Michelscheid in die Produktion und das sind die Ufos. Hier werden täglich unsere Tests gemacht, ob die Qualität auch stimmt und natürlich auch eine Geschmacksprobe genommen. Und dann haben wir noch ein paar für unterwegs mitgenommen, denn Caro und ich haben fleißig gearbeitet in unserem Partybus, denn wir haben den Immo-Tommy getroffen in Stuttgart. Ach, es war so, so, so toll, den einfach zu sehen. Haben wir natürlich auch unsere Shots mitgebracht, die haben wir natürlich auch dann direkt probiert und gemeinsam Kontakt gedreht. Dann habe ich die liebe Caro getroffen, die war komplett blau, also an den Klamotten. Und dann haben wir natürlich auch direkt geschottet auf Ex und weg damit, so sauer und lecker. Oh, Caro hat es geschmeckt, boah, gut. Und weiter ging es zu Captain, denn überall in jedem Captain steht unsere Hitchies Candy Bar, also bedient euch. Und das war Tag Nummer 3, ab ins Bett.